8. Schrauben Sie die Befestigungselemente an 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 die Abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie nie wieder ein Video verpassen. Jede Woche posten wir neue Videos. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel Nr. H7. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. HN- movies Chiru. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie eine Drahtbürste. 25. Entfernt nr. 50 Nm Drehmoment fest. Ersatzteile können Sie bei uns auf unserer Webseite oder in der Autodoc App kaufen. 1. Schrauben Sie die Schrauben der Pfeife auf. 2. Schrauben Sie die Schrauben der Pfeife an. 3. Entfernen Sie die Schrauben der Schrauben. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 4. Entfernen Sie die Schrauben der Pfeife. Kanten. Vielen Dank fürs Anschauen. Bitte schreiben Sie einen Kommentar, wenn Sie dieses Video hilfreich fanden. Folgen Sie uns in den sozialen Medien. Finden Sie uns auf Instagram und TikTok.